hallo und herzlich willkommen das ist nur ein kleines fragevideo wo ich jetzt mal euch frage welches projekt ihr sehen wollt oder im gemein welches spiel mal kurz reingucken oder komplett durchspielen keine ahnung also ihr seht hier ein paar spiele einfach euch einen doch raussuchen und in die kommentare schreiben das war es eigentlich auch schon ja keine ahnung also cod geht irgendwie nicht das ist schrott putt keine ahnung der rest sollte aber eigentlich gehen ja fragt mich nicht warum hier manches doppelt und manches dreifach ist ich habe keine ahnung aber es stört er nicht hier zum beispiel das wäre es eigentlich auch schon und dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal ciao